Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind im letzten Part die Bohnenranke hochgeklettert und stehen jetzt dieser Wolke gegenüber. Gucken wir doch mal, was das ist. Oh mein Gott, ich hab die falsche Kontrolle in der Hand. So. Bist du der Mann namens Mario und hast du die Puff-Puff-Maschine zerstört oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder sind zerstört und völlig ruiniert. Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Leider muss ich dir mitteilen, dass König Bausa mir befohlen hat, dich zu besiegen, falls du hier auftauchen solltest. Aber ich würde dich auch nicht vernichten, wenn ich nicht den Befehl dazu erhalten hätte. Du Wolkenvernichtende Bestie, du kannst den Stern nicht retten. Ah, jetzt wird es ernst. Du bist ja süß. Mach die Musik. So, das ist Schnaufula. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. Max-Kp60 angriff auf 5. Seine Donnerattacke ist sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Würkchen namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht dem erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufula sie verschlucken und seine KP regenerieren. Du musst geschickt taktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Oh ne, das klingt anstrengend. Das klingt irgendwie verdammt anstrengend, wenn ich das so sage. Sprung plus erhöht meine Sprungangrisskraft um 3. Machen wir doch erstmal. So. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. So, meine Sprungangrisskraft ist erhöht. Power-Sprung. 7. 7 Schnaufulas, äh, Mini-Schnaufulas ausschieben. Oder was ist dann jetzt passiert? So. Mitlieb wechseln und zwar auf. Sushi? Wir haben Lucky Lester ja auch noch. Stimmt. Tsunami. Einfach nur zum Zerstören dieser Wolken. Die hoffentlich nicht so viele haben. Alter, du hast ihn schaden. Kommt 5 neue. Meister Schnaufula, ich will Mario auch verklopfen. Erkennen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff? Ja, auf ihn. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Das ist ja mies. Was ist das jetzt? Was passiert denn hier? Zwei. 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 Drei. Okay, drei. Was passiert denn hier? Ähm. Die Musik ist halt echt geil. Sternenwind. Brauche ich nichts groß drücken. Oh ne. Dass dann immer neue kommen. Das ist ja mega der Abfuck. Zumindest solange ich ihm Schaden mache halt. Kann ich ihn paralysieren mit wat? Ne ne. Da ist der Immun gegen. Oh. Das kann mich... Der ist Immun dagegen. Ich kann da auch A drücken. Wie blöd. Das wird nicht voll. Oh, das ist so anstrengend, dieser Boss. Oh, nicht schon wieder. Der heilt sich. Achso, er hat sich gehalten. Okay. Ähm. Boah. Der mach mich fällig. Äh. Äh. Boah. Ich bin ein bisschen außer Atem. Äh. Erfrischend. 5k pbp. Hä? Regenere 20 Dings. Das ist doch schon mal ganz geil. Heimwohns mal. So. Ja, das bringt nix. Da bist du voll immun gegen. Sushi. Ich glaube, Sushi ist echt... Was kann Lucky Lester denn so machen? Zeugt er in der Wolke und Maritz verstecken. Okay. Achso. Hab ich ja voll verkackt. Hehehe. Was hast du so gewollt? Nun wäre der Zeug in der Machtball des Sturbs. Meister Schnauf oder lass die mir? Wieso kann eine einzelne Wolke auch zwei Damage machen? Das ist voll OP. Bitte lad dich eine Runde auf, ey. Macht er wirklich. Okay, das ist gut. Ähm. Machen einmal Sternenwind. Dann kommen auch neue Wolken. Aber nur vier maximal anscheinend. Wir können dann aber... Nein, drücke A, wenn Sternenlauf leuchtet. Okay. Für drei Runden. Für drei Runden. Ah, was? Das kann trotzdem treffen. Ah, das gefällt mir gar nicht so gut. Oh, Meister Schnauf, ihr seid wahrlich der Mächtigste. Das ist alles uncool. 5 BP, das ist halt nix. 5 BP, das ist halt nix. Hau dir mal einen Superpilz rein. Ähm. Jetzt ist Lucky Lester dran. Jetzt ist Lucky Lester dran. Problem ist halt, wenn ich die Kleinen wegmache, ist der egal. So, weißt du? Ich verdrück mich immer einmal. Ich, weißt du? Ich schaff alle und dann verdrück ich mich einmal. Vier neue. Bitte prallt ab. Nein. Boah, vier Schaden machen die aber auf jeden Fall, weil ich nicht schneller drücken kann mit dem Controller. Jetzt heilt er sich wieder. Um vier, ne? Okay. Das ist ja auch alles okay. Ich muss mal ein paar WPs wieder herstellen. So. Gut gegen Feuergegner. Haben wir irgendwas Gutes gegen Stein... Äh... Windgegner? Nee, ne? Hm. Ja, haben wir toll geohrfeigt, aber gebracht hat's nix. Okay, die haben nix geschafft. Das ist gut. Er heilt sich wieder um vier. Das heißt, das macht jetzt das, was Dings gemacht hat. Nee, macht er gar nicht. Er greift mich an. Hä? Hat nicht getroffen. Ah, nice. Ich weiß nicht, ob ich Wolke Nummer neun besser finde als... Dings. Ich weiß es nicht so. Okay. Ach ja. Ich verdrück mich halt auch schon beim Runterdrücken. Ja, okay. Drei Damage. Und die Wolken sind immer noch da. Wetten? Ja. Nee. Okay. Zwei Punkte Schaden gegen alle Gegner. Haul nochmal Jelie Royale rein. Einfach nur, damit du BP hast. So. Greifen an. Hm. Ich kann nicht schneller drücken. Vier Damage sind auf jeden Fall safe bei dem Angriff. Okay, jetzt müssen wir uns verstecken. Wir nehmen aber nicht Wolke neun. Wir machen das anders. Machen wir Fokus. Ein bisschen Energie wieder kriegen. Und Boo macht uns unsichtbar. Das ist sicherer. So. Passiert dir auch nix jetzt? Süß. Okay. Ähm. Ich kann natürlich sie immer unsichtbar machen lassen. Dann können die mir gar nix. Pass auf, was mach ich. Ich erhöhe meine Sprungkraft. Oh fuck. Sie darf danach gar nicht angreifen. Stimmt, da war was. Da war was. Hab ich vergessen. Sorgt die drei ein. Jawohl. Kannst du ruhig machen. So. Ich kann dich jetzt nochmal erhöhen. Ne, ne. So, sieben. So, und wenn du uns jetzt unsichtbar machst. Wäre natürlich kacke für die Runde danach. Wenn er jetzt Elektroangriff macht. Aber ich wollte mir den Damage jetzt nicht geben. Von denen Wolken. Ja, er macht's natürlich. Scheiße. Äh. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Die kommt nämlich jetzt nicht dran. Weil sie eine Runde aussetzen muss. Okay, ich darf das nur machen, wenn er den Angriff macht. Ich darf das nicht machen, um die sonstigen Angriffe zu blocken. Oh, ist das ein Scheiß. Zwölf Damage muss ich mir jetzt leider geben. Oh, es geht echt nicht schneller. Was ist das denn? Sonst machst du was anders. Oh Gott, ich bin schon so tot, ey. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Ich kann Erfrischung machen. Das ist halt ein bisschen. Oh mein Gott. Das ist ein Kackboss. Der hat bestimmt voll die gute, äh, Technik. Aber ich habe es noch nicht ge- geblickt. So, Spuk. Drücke so schnell nach- wie möglich nach links. Krieg auch nicht. Ich habe links gedrückt, wie, wie ein Berserker. Da ging nichts. Oh mein Gott. Ah, er saugt ein. Okay. Ich habe ein fucking Problem. Jetzt kann es fünf sein. Die packen mich an. Hallo, die müssen noch Damage kriegen davon. Wie unfair das ist. Ich bin tot. Nee, er heilt sich nicht. Er greift an. Nein. 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 Ah, er ist tot. Das gibt es nicht. Man kommt nicht auf zwei. Das schaffe ich nicht mit dem Controller. Das Wii U Pro Pad ist dafür nicht gemacht. Oh. Alter. So, muss man eben hier laden. Ich habe davor natürlich ein Safe-Set gemacht. Ich bin echt blöd. So. Ähm. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Ich finde, welche Orden, die mich retten. Den Hammer kann ich mir sparen bei ihm. Okay. Äh. Verteidigung plus. Nee, das bringt mir nix. Das ist echt schon... Dieser nützliche Sprung verwirrt nicht nur für zwei Blütenpunkte. Was? Ein Gegner, sondern macht ihn auch kurzfristig bewegungsverfähig. Ach so. Dann machen wir den Powerhauer mal weg und packen den Paradox rein. Können wir den schrumpfen? Wir gehen mal voll Stiefel. Gehen mit... Nacky Lester rein und guck... Huch. So, und dann überspringen wir den ganzen Gequake mal. Kennen wir ja. Nicht, dass du tollst, ist deine Musik cool. Ähm. Pass auf. Schwindel. Mach dein Gegner kurz. Drücke Akku zu der Landung. Scheint bei ihm nix zu bringen. Finde ich nicht so cool. Drücke so schnell nach links wie möglich. Oh. Das ist ja endkrass. Da ist ein größerer. Ist der größer? Der ist größer. Warum ist der größer? Warum macht der sowas? Halt der mehr? Der hält mehr. Krass. Ähm. Trifft dein Gegner so oft, dass Action-Kommando stimmt. Das wäre natürlich... Pass auf. Das wäre richtig krass. Deswegen machen wir das mal. So. Um drei erhöht. Lucky Lester kann ja mal. Dann noch Wolken number nine machen. Nice. So. Mach dann jetzt... Der doofe Angriff wieder. Hä? Oh. Zwei. Nice. Geschafft. Okay. Und jetzt das Action-Kommando. Nicht verkacken. Okay. Was? Das war der Falsche, glaube ich. Alter, wie viele hat der denn jetzt? Wieso kann der doch immer so viele haben? Ich habe mal gegen drei ausgetauscht. Das wirkte leichter... Oh, ich habe es ausgewichen. Das ist sehr gut. Saugt er ein. Das ist gut. Ich glaube, wir machen ihm gerade gut Damage. Ich habe ihn jetzt nicht gescannt, aber das ist gerade egal. Trifft ein Gegner so oft, dass Action-Kommando stimmt? Wieso hat er das nicht gemacht? Ah, jetzt habe ich es versaut. Das war natürlich jetzt doof. So, Lucky Lester kann jetzt leider... ...nur einen Stachiflip machen. Ich bewege mit Stick und Ziele auf... Okay. Machen wir den mal weg. Vielleicht heilt er sich. Okay, jetzt wird er sauer. Lädt er sich jetzt auf? Trifst du? Nein. Jetzt lädt er sich auf. Okay. Jetzt muss ich... Ich muss... ...einmal... ...Ahornsirup futtern. Zumindest schon mal wechseln auf Boo. Und unsichtbar. Noch zusätzlich. Zur Sicherheit. So, jetzt kann er machen wegen meiner. Okay. Die Borki geht auch weg. So, so oft das Action-Kommando... Das wäre so gut jetzt. Aber ich kriege es nicht hin bei ihm. Ich kriege es nicht hin. Weil er diesen Wirbler noch macht. So. Sorg dir mal ein, die... ...vier Punkte, die du in den Hals... ...ich kriege es nicht hin. Ich muss jetzt aber auch, äh... ...Jilly Royale futtern. Hat keinen Sinn. Die BP sind zu schnell weg. So. Könnte es mich jetzt nochmal unsichtbar machen. Zur Sicherheit. Könnte es uns auch sein lassen. Gumbario könnte jetzt einfach mal scannen. Um zu sehen, wie viel AP er noch hat. Einfach nur deswegen. Komm schon. Ach, komm. So unmöglich. 46 hat der noch. Sprung plus. Oh, Mann. So, solange er sich nicht heilt... ...Lucky Lester müsste mich mal wieder in Wolken hüllen. Oh, Gott. Ist alles so anstrengend. Wieso zählte das nicht? Es war genauso gedrückt wie vorher auch. Egal. So. Okay, jetzt muss Buu kommen. Äh, immer mal gleich. So, bitte jetzt das Power-Kommando mal treffen. Ach, shit! Ja, gut. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Das war mir natürlich auch unbewusst nicht bekannt. Eigentlich hätte es mir bekannt sein müssen. Klar. Aber die 12 Damage schuhe ich mich nicht an, Wolke. So. Power-Kommando. Komm schon. Ich kriege es nicht hin, weil er den Salto macht. Das ist echt eklig. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, scheiße. Warum kann er sich jetzt richtig viel heilen? Das sind einfach mal nur 8 Punkte, die er sich heilen kann. Na, geil. Es wird aber 46. Es macht alles keinen Sinn gerade. Senkt die gegnerische Angriffskraft kurzfristig um 3. Ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Mach mal. Aber ich glaube, das zählt nur für die, die gerade auf dem Feld sind. Nicht allgemein. So. Wenn ich mich jetzt nicht um dich kümmere, ist das doch alles noch chillig, oder? Koopa. Fliegende Gegner. Alles ist so geil. Ich brauche doch, warte. Ich brauche Lucky Lester auf jeden Fall. Brauche deine Wölkchen. Wie, das ist einfach... Ach, egal. So, das sind Millisekunden, wo man nicht rücken kann. Oh, shit. Gut, dass wir gerade keine Wölkchen haben. Wir können uns jetzt einmal... ...so heilen. Um wieder ein bisschen Puffer zu haben. So, und dann... ...machst du... ...machst die Buh uns unsichtbar. So. Ich könnte das auch riskieren mit der Wolke. Ich weiß nicht, ob das geht mit der Wolke. Okay. Den Damage gebe ich mir nicht, Schnaufuller. So, dein Damage ist gesenkt. Das stört mich richtig hart. Das ist nicht uns. Das kriege ich... Ne, entweder macht er das... ...der macht es wegen dem Salto. Ah, die anderen Gegner sind auch geschwächt. Nice. Das ist... Das ist der Key zum Success. Da können so viele draußen sein wie... Ja, können nicht, weil er hält sich ja damit. Aber eigentlich... Eigentlich kann ich die mal austauschen. Wolke Nummer 9 ist mein Key. Zum Sieg. Das muss ich gleich nochmal benutzen. Booste mal deinen Powersprung. So. Und Lucky lässt da. Wirft jetzt... Stachius. So. Ihr könnt mir nix. Er kann nicht ganz entspannt drücken. Ah, ist das schön. So. Er kann mir leider etwas. Das ist eklig. Komm, ich muss auf 3 kommen. Dann kann er mir nix. Oder ist das weg? Ich weiß es nicht. Ah, nice. Sehr gut. Ah, es ist jetzt weg. Okay. Ähm. Ja, dann muss ich jetzt leider den Ruhigsteller wieder machen. Ich hab keine BP mehr. Das ist richtig ätzend jetzt. So. Lucky Lester muss einen Stachiflip auf einen Schnuffi machen. So. Damit der sich nicht so viel heilt. Kannst mir eh nix. Oh, das tut so weh. Da hört er sogar nach zweimal auf. Sorg du den ruhig ein. Eins. Eins kannst du haben. Ich mach jetzt, glaube ich, die Dicken immer kaputt. Und spring ihm jetzt halt mal mega auf den Kopf. Ah, bei Sprüngen kommt aber nur einer raus. Also jeweils einer. Ich brauch halt aber BP. Das ist ein Problem. Aber die können mir nix. So. Oh, da kommt zwei. Ah, shit. Ah, die können mir nix. Dup-de-doo. Oh, ich kann nicht Fendi drücken. Aber er saugt die jetzt alle ein und ist mega geil. Nein, macht er nicht. Wie nice er ist. Okay. Äh. Ahornsirup. Muss sein. Ich hab kaum noch BP. Das ist richtig ätzend gerade. Und er hat halt noch 33, ey. So. Unsichtbar. Okay. Vielleicht kristallisiert sich jetzt die Taktik raus. Ich muss die einfach nur schwächen. Dann können die mir allgemein nix mal, die Wolkchen. Ich muss die großen wegmachen, damit er sich nicht großartig heilen kann. Oder halt immer austauschen mit dem nächsten Angriff. Und ich bräuchte vielleicht ein paar Blütenpunkt-Items. Vielleicht auch ganz nice. Wir können jetzt erstmal den Sternenwind machen. Einfach mal instant austauschen. so. Könnt mir nix. Aha. Ich drücke nur zur Sicherheit, falls sie mir doch was machen. So. Er können sich heilen um vier. Soll er halt machen. Mache ich Erfrischung? Ich mach einmal Erfrischung. Damage wäre auch nicht schlecht. Ich hab das Gefühl, wenn die Begleiter Damage machen, kommen die Dicken raus, oder? Wenn Mario macht, nicht. So. Können wir mal gucken. Oh, Feige. Ach, schade. Okay, kam nur vier. Ah, nein, der Damage ist wieder da, ne? Oh, shit. Ich hab mich aufgepasst. Ich hätte hier den Ruhigsteller sparen sollen. Sorgt er nicht ein. Das ist der Angriff. Das ist Uncool. Oh, das ist so anstrengend. Das ist so Glück, ob man da auf zwei bleibt, oder nicht. Okay. Ähm. Sternenwind. Dann kommen auch nicht sechs, wenn er so ein Item benutzt, weißt du? Dann kommen da nur vier statt sechs. So, warte mal. Mitglied wechseln. Lucky Lester. Wolken number nine. Damit wir Schocksen haben auf nicht treffen. Sehr gut. Vier Runden lang. So. Ah, wird immer kleiner, sehe ich gerade. Warte. Nice. Hat sich direkt gelohnt. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ähm. Ich kann mal den Fokus raushauen. Bei einem Punkt schon mal haben wir da. Dann kann ich Boo raushauen. Unsichtbar machen. Dann kann er mich mal. Und er schießt daneben. So. Er hat noch 20. Ich könnte wieder Fokus machen. Könnten wir auch erstmal Sirup reinpfeifen. Ich brauche halt, äh. Dings. Ja, Dings. Ich kann den Multisprung machen. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann den Powerblock mal machen. Dann bin ich... Vielleicht haben die nur zwei. Ich weiß es nicht. Oh, das reicht tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das reicht. Will er denn? Ich habe geblockt. Kannst du dich mal. Penner. Ähm. Boah, wie ich alle Items einfach wegfressen muss. So. Lucky Lester. Ich habe deinen Angriff gerade lieben gelernt. Wie man vielleicht merkt. Von wem er so einfach ist. Bei Lucky Lester kommt ein Dicker raus. Treffen wir nicht. Oh, die treffen. Natürlich tun sie das. Er heilt sich auch gar nicht mehr. Die Phase ist irgendwie... ...vorbei, habe ich das Gefühl. Fokus. Ich muss auf Sternenergie bauen. So. Und auf Blue muss ich bauen. Boah, meine BP sind so low. So. So. Wenn man die Technik nur früher rausgefunden hätte. Dann hätte das vielleicht noch geklappt alles. Oh Gott. So, jetzt kann ich den Ruhigsteller machen. Dann brauche ich Lucky Lester aber erstmal nicht rausholen. Obwohl ich kann. Der macht ja gut Damage. So, die machen wir jetzt aber kein Damage mehr. Und das ist wichtig. So. Da kann ich mir nicht jetzt entspannt drücken. Ah. Ist das schön. So. Haltet er sich mal? Oder will er jetzt wieder angreifen? Er greift... Nee, er heilt sich. Okay. Ich tue schon. So. Die drei kannst du ruhig haben. Ähm. Powersprung. So. Aber man ist nämlich sehr... Alter. Okay. Da kommen doch drei raus. Drei dicke. Das ist uncool. Äh. Lucky Lester. Ich meine, die machen nichts, ne? Deswegen kann Lucky Lester ja... Jetzt mit dem Stachywurf. So machen. Schon haben wir seine Heilung niedergemacht. Die treffen uns immer. Ach doch. Scheiße. Achso, die machen uns kein Damage. Genau, so war das. So. Ich habe keine BP mehr. Der muss jetzt sterben, der tut. Oh, er greift an. Er heilt sich nicht. Komm, auf drei. 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 Powersprung. Schnaufel. Er hat noch sechs. Oh mein Gott. Lucky Lester kann, glaube ich, jetzt kein Dings mehr machen, leider. Shit. Kann Bombett irgendwas machen? Für zwei? Okay, sie kann allgemein nichts machen. Kann Paracarry was machen für mehrere Gegner? Nein. Auch nicht für zwei. Jetzt haben wir ein Problem. Sushi kann auch nichts machen, ne? Nee, die brauchen alle mindestens drei. Das ist jetzt ein Problem. Wenn der sich jetzt heilt, habe ich ein Problem. Oh, es hat vier Schaden gemacht. Boah. Viele Wolken. Bitte greife an, 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 bitte greife an. Es scheint, als hätten wir Ärger. Ich sollte mit dem Spielchen aufhören und ordentlich zuschlagen. Werdet ihr es schaffen, Meister? Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt komme ich. Er saugt alle wieder ein, ne? Was ist das? Was war ein Angriff? Das heißt, er hat nur noch zwei. Das heißt, er ist tot. Oder? Bitte. Halleluja. Oh mein Gott. Er war so krass. Ich habe ihn geschafft. Ich habe alle meine Items verbraucht, aber ich habe ihn geschafft. Nein, ich kann nicht verlieren. Der war schwer. Holy moly. Den habe ich mir verdient. Ah, es ist der mit der Fliege. Und dem Buch. Den holen wir uns aber erst im nächsten Part. Denn der Part ist schon viel zu lang. Ja, bis zum nächsten Mal zu Paper Mario, wenn wir uns diesen Stern holen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.